Was erwarten wir heute von modernen Hörgeräten? Schauen wir uns in diesem Video an, wie Innovationsgedanken und Ingenieurskunst zusammentreffen, um ein wirklich einzigartiges und ikonisches Produkt zu schaffen. Ja, was erwarten wir oder Sie heute von einem modernen Hörsystem? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst eine andere Frage stellen. Welche Entwicklungen sind heute nicht mehr wegzudenken? Eines der wichtigsten Themen der letzten Jahre war die Implementierung von Bluetooth in Hörgeräte. Es ist heute undenkbar, sein Hörgerät nicht an sein Smartphone oder über Zubehör an den Fernseher zu koppeln. Lieblingssendungen, Podcasts und Musik können seitdem zu jeder Zeit und an jedem Ort auf die Ohren gestreamt werden. Die nächste maßgebliche Entwicklung der letzten Jahre ist die Wiederaufladbarkeit von Hörgeräten. Dass Hörgeräte mit Akku anstelle von Batterien betrieben werden, ist mittlerweile Standard. Laufzeit von herkömmlichen Batterien von 4 bis 7 Tage für Hörgeräte verlieren immer mehr an Akzeptanz. 100 Batterien pro Jahr im Verbrauch wird dem einen oder der anderen Kunden dann doch etwas zu viel. Die Akkutechnologie gab uns zudem neue, kraftvolle und gleichzeitig auch schonendere und mobile Möglichkeiten der Energieversorgung für Hörgeräte. Aber es gab noch eine weitere Entwicklung der letzten Jahre. Im-Ohr-Hörgeräte. Kleine Hörgeräte, die ohne Technik hinter dem Ohr auskommen. Wie heutige moderne Kopfhörer. Alleine dieses Segment der Im-Ohr-Hörgeräte hat in diesem Jahr großes Kaufinteresse gefunden. Wenn wir nun all diese Entwicklungen aus Technologie und auch Interessen zusammentun, dann ist fast klar, was kommen muss. Das erste maßgefertigte Im-Ohr-Hörgerät in einem cleanen Design, ohne sichtbare Kontakte, ohne Batterieklappe, mit den gleichen Mikrofonschutzfiltern wie die bisherigen Signia Pure Charging Go AX, welche sowohl hydrophobische, also wasserresistente, wie auch oleophobische, also öl- und fettresistente Eigenschaften mit sich bringen. Neben dem Einsatz der wechselbaren Mikrofonschutzfilter stellen wir nun auch unser erstes maßgefertigtes Hörgerät vor, das sogar die Schutzklassenprüfung nach IP68 bestanden hat. Also eine Wasser- und Staubresistenz auch bei größeren Belastungen. Doch all diese äußerlichen Vorteile überschatten die wahre Magie von Inzio Charging Go AX. Denn für dieses Produkt kam unter anderem das maßgebliche Know-how der Signia-Entwickler zusammen. Inzio Charging Go AX mit seiner wiederaufladbaren Akkuzelle arbeitet mit drei Funkmechanismen gleichzeitig. E2E Wireless für eine Kommunikation zwischen den Hörgeräten im Nahfeld, um binaurale Strategien in der Signalverarbeitung zwischen zwei Hörgeräten zu ermöglichen. Bluetooth für die Anbindung an externe Peripherie wie Smartphones oder Fernsehzubehör. Und ein neuartiges induktives Ladeverfahren, das erstmals Anwendung in der Hörakustik erfährt. Das MR Charging, die Magnetresonanzwiederaufladung. Um all dies zu realisieren, ist das gesamte Know-how der Firma eingeflossen. Zunächst aber die Frage, warum laden wir nicht mit der induktiven Methode wie bei unseren bisherigen Hörgeräten? Induktivität ist relativ einfach umsetzbar. Schließen Sie eine Kupferspule an einen Stromkreis an und es baut sich ein magnetisches Feld auf. Bringen Sie eine zweite Kupferspule in dieses Magnetfeld ein, kommt es zu einem Stromfluss in der Empfängerspule. Dieser Vorgang nennt sich ganz einfach Induktion. Wird der Abstand beider Spulen jedoch vergrößert, wird der Stromfluss gekappt. Diese Methode ist super einfach für eine kontaktlose Wiederaufladung. Kein Bauteil muss irgendwo einrasten oder Kontakt zu einem anderen suchen. Die induktive Aufladung tut sich aber etwas ungünstig mit Toleranzen. Bei einer Standardfertigung in Masse haben wir als Vorteil, immer einen identischen Abstand zwischen zwei Spulen zu haben. Dabei haben die Sende- und Empfangsspule oft die gleiche Größe und Güte. Diese Methode ist für eine Serienfertigung wie zum Beispiel bei Ex-Hörer-Hörgeräten von daher super und effizient. Was tun aber bei einer individuellen Versorgung wie für Maßgefertigte im Ohr-Hörgeräte, die nicht einem Standard entsprechen, wenn jeweils andere Ohren, andere Anatomien, andere Abstände und andere Formen innerhalb einer Ladestation zum Tragen kommen? Hier brauchte es einen anderen Ansatz. Und hier greift die Magnetresonanzmethode. Bei der Magnetresonanzmethode wird zunächst eine Spule an einen sehr schnell oszillierenden Wechselstromkreis angeschlossen, welche in der spezifischen Eigenresonanz der Kupferspule schwingt. Dies erzeugt ein magnetisches Feld mit relativ geringem Aufwand. Wenn wir nun eine zweite Spule mit den gleichen spezifischen Resonanzeigenschaften in das Feld einbringen, kommt es wie bei der induktiven Methode ebenfalls zu einem Stromfluss in der Empfängerspule. Es kommt quasi zu einer magnetischen Resonanzkopplung beider Spulen, bei der die magnetische Resonanz in einem Stromfluss konvertiert wird. Wird diese zweite Spule nun mit einem Gleichrichter und einer Last angefügt, wie beispielsweise einem Hörgerät, kann dieses nun kontaktlos wieder aufgeladen werden. Diese Methode der Wiederaufladung ist ideal, wenn wir es mit anatomiebedingten unterschiedlichen Bauformen in baugleichen Ladestationen zu tun haben. Selbst größer gebaute Hörgeräte in unterschiedlichen Positionen, schräg oder gekippt innerhalb des Chargers, haben keinen Einfluss auf die stabile Wiederaufladung. Um beide Hörgeräteseiten voneinander abzuschirmen, haben wir innerhalb des Chargers eine Eisenplatte zur elektromagnetischen Abschirmung angebracht. Wir erreichen mit Inseo Chargingo AX Laufzeiten von bis zu 24 Stunden ohne Streaming und bis zu 20 Stunden bei 5 Stunden Streaming. Jetzt werden sich einige von Ihnen fragen, warum haben wir die Magnetresonanzladung nicht schon von vornherein genutzt? Das Problem, welches bisher für unsere Hörgeräte damit einherging, sind die Ladezeiten. Wir möchten für Sie, dass unsere Hörgeräte schnell wieder einsatzbereit sind und größere Entfernungen bei der Magnetresonanzmethode sorgen für einen Ladeverlust. Und hier kam ein elektromechanischer und akustischer Designkniff zum Einsatz. Der Einsatz einer sogenannten Feritummantelung in der Nähe der Empfangsspule. Diese sorgt für eine Spiegelung der magnetischen Resonanzwellen, sodass nur wenig Energie verloren geht. Das Resultat? 30 Minuten Schnellladung für 6 Stunden weiteres Hörvergnügen und 4 Stunden Gesamtladezeit für eine vollständige Wiederaufladung. Ein Standard für uns, der entwicklungsseitig nicht selbstverständlich ist. Unsere Ingenieure haben mit dieser Abschirmung mit Ferit zur Erhöhung der Energiedichte beigetragen. Nur so können wir schnell aufladen, ohne einen nennenswerten Temperaturanstieg zu haben und sogar bei größeren Distanzen innerhalb der Ladestation konstant zu laden. Wir sehen hier die vielen Bauteile, die einem so kleinen Hörgerät wie dem Inseo Chargingo AX Platz gefunden haben. Der Kniff ist hier, auch alle Bauteile möglichst so zu positionieren, dass sie störungsfrei miteinander arbeiten können. Wir sehen hier also, wie alle Teile auf kleinstem Raum bei optimaler Nutzung der Fläche zusammengebracht wurden. Der Anspruch? Ein maßgefertigtes Hörgerät in im Ohr Hörgeräte Bauform, ohne Schnörkel, in einem cleanen Design mit allen Funktionen und stabiler Nutzung, wie sie es von uns gewohnt sind. Mit Inseo Chargingo AX ist nicht nur die Anbindung an unser Streamline-Zubehör möglich, sie programmieren die Systeme ebenso über die NOAH-Link Wireless im Fachgeschäft und können ebenfalls ihren digitalen Assistenten, den Signia Assistant, über unsere Signia App mit ihrem Smartphone nutzen. Hier sehen Sie noch einmal alle Highlights im Überblick. Das erste Immo-Hörgerät auf der AX-Plattform, mit Akkutechnologie und E2E Wireless für eine binaurale Signalverarbeitung. Mit Bluetooth, sowohl made for iPhone wie auch für das Usher-Protokoll für Android-Smartphones. Mit Bewegungssensorik für bessere Hörbarkeit, wenn Sie beispielsweise spazieren oder einkaufen gehen. Erhältlich in den Leistungsklassen 7, 5 und 3 AX in verschiedenen Farben für verschiedene Typen. Inseo Chargingo AX kann mit unterschiedlichen Verstärkertypen bestellt werden, je nachdem, wie viel Sie für Ihre Versorgung benötigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Signia Inseo Chargingo AX im Ohrhörgeräten. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Signia Inseo Chargingo AX. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Signia Inseo Chargingo AX. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den neuen Signia Inseo Chargingo AX. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit jemandem Engprot ist. Wir wünschen mir Freude mit den neuen Signia Inseo Chargingo AX. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Herrn Rollhör Very funktionier. Wir wünschen Ihnen viel Freude mitizen ob du Freude mit diesenั้iger日ungen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Sch audaz päästelle Neumann.